Hallo und herzlich willkommen. Jeder von uns trinkt gerne Softdrinks und am besten aus solchen Dosen. Die sind klein, die sind aus Metall, die sind robust, die kann man überall reinpacken. Nur das Problem bei diesen Dosen ist der Pfand. Da sind 25 Cent drauf auf dieser kleinen leichten Dose und die muss man dann wieder zum Supermarkt hinschleppen, um seine 25 Cent zurückzubekommen. Und das nervt uns natürlich alle und deshalb haben wir einen riesengroßen Pfandberg bei uns zu Hause und lassen ihn da einfach verrotten, bis endlich jemand mal auf die Idee kommt, den wegzubringen und dann freut man sich, dass man wieder 15 Euro in Pfand hat. Oder man behält diese Dose, so wie ich das mache, und baut etwas Wunderschönes und sehr Sinnloses aus so einer Dose. Als allererstes muss man erstmal diese ganzen Dosen, ich habe hier so ein paar Paloma-Dosen, muss man die einfach erstmal leer trinken. Nach dem Leeren kann man also jetzt mit dem Basteln beginnen. Die erste Sache, die wir basteln, ist so ein kleiner Campingkocher. Wow, fantastisch, wo hat er das nur gefunden? Ja, bei Google. Das ist ein kleiner Campingkocher und dafür brauchen wir natürlich nur eine Dose, etwas zum Schneiden, eine Schere und einen Dosenöffner. Wir nehmen uns jetzt also als allererstes diese Dose und entfernen oben den obersten Deckel mit einem ganz normalen Dosenöffner. So sieht dann diese Dose aus. Nun schneiden wir die Dose einmal in der Mitte durch. Wer zu klein ist, sollte seine Eltern fragen. Die anderen können jetzt einfach eine Schere nehmen und die Dose durchmachen. So, dann nimmt man sich jetzt die erste Hälfte und schneidet hier einmal diesen geschnittenen Rand etwas gerade. Das ist das Unterteil, das ist jetzt sozusagen schon fertig. Beim Oberteil wird das gleich jetzt aufgemacht. Einmal gerade gemacht. Loch, Loch. Und dann biegen wir hier ein paar kleine, ja, so Zacken rein, damit das dann nachher auf das untere drauf gestülpt werden kann. So sieht das aus, wie so eine kleine Blume. Dann nehmen wir uns einfach das Unterteil und stülpen das Oberteil oben drauf. Das sieht dann, wenn man das gemacht hat, so aus. Da sind die Zacken. Es passt genau in das untere Ding rein. Na ja, und damit das Luft bekommt, müssen wir jetzt nur noch mit einer Nadel kleine Löcher an der Seite reinpiepen. So. Und dann ist unser Campingkocher auch schon fertig. Da kommt ganz normales Spiritus rein. Das kann man im Supermarkt kaufen. Dann stellt man einen Topf drauf. Dann zündet man das an. Und dann funktioniert das. So einfach geht das. Für unsere zweite Bastelei brauchen wir nun eine kleinere Dose, weil das damit einfach schöner aussieht. Das ist jetzt hier so eine Wasserdose aus Holland. Da sind keine 25 Cent drauf. Die muss man trotzdem wieder leer trinken. Und wenn man diese Dose dann leer gemacht hat, nimmt man die von vorher vorbereitete ausgeleerte trockene Dose. Und da muss man nun wieder den Deckel oben entfernen. Also wieder den Dosenöffner angesetzt und schnell den Deckel entfernen. Und nun wird es ein wenig knifflig. Aber nur ein wenig. Erstmal zeichnet man sich hier Striche an, wo diese Dose zerschnitten werden soll. Von hier nach da. Man schneidet sie nämlich in Streifen, aber nur hier zwischen. Man lässt also den oberen Ring ganz und den unteren Ring lässt man auch ganz. Also da kommen einfach liebevoll so ein paar Striche drauf gemalt, damit man weiß, wo man schneiden muss. Das kann jeder individuell gestalten, so wie er mag. Ich habe das jetzt sehr ordentlich und schön gemacht. Und da sieht man, da muss ich jetzt genau schneiden. Dann nehme ich mir einen Cutter. Also Vorsicht scharf, wer es nicht kann, fragt seine Eltern. Und wer es kann, macht es einfach selber. Das ist eine Dose und hier ist der Cutter und dann schneiden wir kleine Schnitte, ich mache es einfach mal, zack. Zack. Da so rein, nur zum Anfang. Denn den nächsten Teil, also das eigentliche Schneiden der Dose, kann man eigentlich ganz einfach mit einer Schere machen. Das geht viel schneller und sicherer und die Gefahr ist bei 20 Schnitten, dass man sich in die Hand schneidet, eigentlich sehr groß. Deshalb nehme ich lieber die Schere. So, schneide, 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 schneide. So, bis die nachher nur noch aus Schnitten besteht. Natürlich habe ich das jetzt schon wieder vorbereitet und so sieht es dann fertig aus. Toll, so einfach geht das. Also, ich habe also Schnitte reingemacht und dann die Dose einfach einmal so gepresst. Und dann wieder hoch gemacht und dann sieht es so aus. Und jetzt fragt ihr euch, was könnte das denn sein? Das sieht ja total crazy und verrückt aus und wunderschön. Genau, da habe ich jetzt wieder oben zwei Löcher reingemacht und nun ist es ein Windlicht für den Baum. Eine Laterne. So ist das Wort. Es ist eine Laterne und sie ist wunderschön. Also, zweite Bastelei, das ist die Laterne. Und nun kommen wir zu der dritten Bastelei. Die dritte Bastelei ist etwas für die Raucher oder die Kerzenliebhaber. Dafür brauchen wir nämlich wieder eine leere Paloma-Dose und ich habe natürlich keine mehr. Die muss ich jetzt wieder ausdrinken. So, nun haben wir wieder eine leere Paloma-Dose, wo ich natürlich wieder die vorher schon ausgewaschene leere Paloma-Dose nehme. Und die schneide ich jetzt erstmal kaputt. Und zwar schneide ich hier oben diesen Deckel ab. Bisschen brachial, bisschen ungeordnet, so wie immer. Also, nun habe ich von dieser Paloma-Dose, Paloma, oben diesen ersten Teil abgeschnitten. Nun nehme ich mir die Schere und schneide diese Paloma-Dose von hier oben bis da unten in Streifen. Nun habe ich diese Dose in Streifen geschnitten und diese Streifen werden jetzt alle nach außen gebogen, damit das so ein bisschen aussieht wie so ein Weihnachtsstern. Also, alle nach außen biegen. So, und Vorsicht, die Kanten sind scharf. Man könnte sich schneiden. Muss man aber nicht. So sieht das nun aus. Nun kommt das Komplizierte an diesen Windlicht-Bindestrich-Aschenbecher. Ja, diese, man nimmt sich jetzt hier einen und biegt ihn rüber hinter den dritten und macht das dann so fest, damit das, so soll das aussehen. Man biegt es rüber hinter den dritten und macht das hier so schön fest, sodass diese Kante genau mit dem Kreis auf einer Linie liegt. So soll das aussehen. Und das mache ich jetzt mit dem nächsten noch. Jetzt ist der zweite schon da dran. Also wieder von hier gebogen hinter den dritten. Jetzt ist der dritte gebogen. Und immer darauf achten, dass das auf einer Linie hier mit dem Kreis ist. Dass das also nicht überlappt oder so. Das soll schön, dass dieser Bogen noch zu sehen ist. So, ich habe jetzt alle Streifen einmal umgebogen. Das ergibt schon mal ein schönes Muster. Und nun muss ich nur noch auf der Rückseite diese ganzen überstehenden einmal nach hinten bieten. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. So, und nun kann man diese ganzen überstehenden Fizzles-Dinger hier ein bisschen kürzen, damit das ein bisschen schöner aussieht. So sieht das nun aus. Das ist jetzt also wie so eine kleine Blume. Hinten sind die umgebogen. Es kann sich also nicht mehr öffnen. Und das ist jetzt unser fertiger Aschenbecher oder Windlicht oder was weiß ich, was man da alles mitmachen kann. Auf jeden Fall ist dieses Konstrukt, genauso wie unsere anderen gebastelten Sachen, die sind alle 25 Cent wert. Und das waren meine drei Bastelideen, was man alles Konstruktives aus einer Dose machen kann. Natürlich sollte man diese ganzen Bastelideen nicht mit Pfanddosen machen, sondern mit Dosen, die aus Holland kommen oder aus anderen Ländern, wo es kein Pfand gibt. Denn bevor man so eine Dose zerschneidet und etwas Sinnloses draus bastelt, kann man die lieber auf der Straße stehen lassen, damit irgendein Obdachloser oder so sich die einsammeln kann. Denn der hat bestimmt viel mehr Spaß an 25 Cent als ihr mit so einem Campingkocher zum Beispiel. Der ist ganz schön schlecht geworden. Ja, das ist alles Fusch, was ich hier mache. Naja, bis die Tage. Auf Wiedersehen. Euer Micha.